moin moin liebe leute und herzlich willkommen zurück zu unserem let's play von star wars the old republic wir befinden uns immer noch auf regie haben jetzt soweit alles entdeckt bis auf den letzten schnipsel hier oben da werden wir jetzt hin reisen und dafür müssen wir hier die fähre einmal nehmen und dort sollen wir mit aran kao sprechen wir sollen die revanita enthüllen gucken wir mal ja sehen wir auch ein bisschen was von der welt bisschen außerhalb hier wo man sonst nicht hinkommt da hinten sind auch noch gebäude ja ich habe hier wieder anmeldebelohnungen geöffnet da haben wir auch hier noch mal eine entdeckung für berufe bekommen und etwas handwerksmaterialien hier hinten ist auch noch was du hast immer noch mal mit alles was unseren beruf irgendwie noch nach vorne bringt können wir noch mitmachen da liegen wir jetzt schon bei 500 archäologie ich denke das ist ganz gut so die frage ist wo ist der aran kao wir folgen mal dem weg hier und gehen die gegner ein kleines rischi dorf was haben wir hier schön ist ein wissens objekt exonium das wohl eine art gestein oder erz sehr schön und da oben in der hütte müsste aran kao zu finden sein nee gar nicht war hier vor seid gegrüßt wir haben euch am strand kämpfen sehen die anderen fremdlinge waren sehr unfreundlich hier sind viel freundlicher seid ihr hier um zu handeln braucht ihr eine unterkunft fremdlinge sind bei uns stets willkommen das ist sehr freundlich von euch danke für den herzlichen empfang ich bin überrascht dass ihr fremden gegenüber so offen seid wir lieben fremde besucher ihr habt so viele interessante dinge zu erzählen ganz neuer fremder eure sprache ist uns unbekannt bitte sprecht doch mehr oder das ist nicht nötig ich kann hervorragend für uns beide sprechen erlauben sie mir dass ich ihnen der andere kopf kann auch sprechen und ich dachte er wäre nur zur zierde ihr habt andere fremdlinge erwähnt die die mich angegriffen haben was wisst ihr über sie nicht viel fürchte ich sie gehen uns für gewöhnlich aus dem weg es erscheint etwas unhöflich aber wir wissen dass unsere sitten anders sind sie haben ein paar lager auf der insel und sie tragen unterschiedliche farben in manchen lagern dunkel in anderen hell aber sie arbeiten alle zusammen so wie ihr revanita manche von der republik manche vom imperium ich glaube ihr habt recht ich werde immer noch tier uns dekodierte nova blade daten aus sucht diese lager auf und stört sie so gut ihr könnt vielleicht können wir sie ja bekehren vielleicht ist es noch möglich sie von revans lehren abzubringen wenn es einen weg geben sollte werde ich ihn finden soll mir recht sein lasst euch nur nicht zu viel zeit ja wunderbar wieder ein paar rufpunkte ein paar arm schienen die wir verkaufen werden und die haben wir noch eine mission wir sind nicht hier um zu kämpfen wir nehmen nur mineralien messungen vor prospektoren suchen auf rishi nach wertvollen exonium vorkommen aber die gefahren der wildnis auf der himmelsgrade insel verhindern dass sie dort nachforschungen anstellen können skelle örtliche erzvorkommen nach exonium spuren 3 an der zahl ok und wir haben ein paar season punkte gerade bekommen da möchte ich dann auch noch mal gerne reinschauen und wird eine neue belohnung haben aber wir starten hier von neu auf also es gibt wieder eine neue season und mal sehen was haben wir denn da so schönes ein paar token ja und so ein paar imperiale kleidungsstücke des lieutenants mal gucken wie das aussieht hier ja so das ist der oberkörper hier ok also wir haben auf jeden fall keine belohnung freigeschaltet lohnt sich immer da mal reinzuschauen so wir sprechen noch mal mit armkau mehrere unserer scouts sind nicht zurückgekehrt unsere scouts haben schnelle flügel und scharfe klauen es ist ungewöhnlich dass sie sich verspäten würdet ihr uns bescheid geben wenn ihr sie seht das machen wir daran kaut hat sich gebeten bei der suche nach scout zu helfen die außerhalb des dorfes verschwunden sind suche die vermissten rischi scouts das dürfte auch kein problem sein vielleicht geben wir hier erstmal nördlich lang dann können wir nämlich den bereich da oben schon mal aufdecken gehen danach links wieder weg und dann kommen wir auch in den bereich hier rein ein paar wertvolle mit mineralien hier sammeln grüne kristallformationen himmelsgrat teil haben wir entdeckt ja da sind wir auf dem richtigen weg jetzt sind wir im südgrad pass und da startet auch schon die erste mission hier vorne was können wir machen unterbrochene jagd das sind die scouts die vermissten die befinden sollen da haben wir ein bisschen schrott ist aber nicht unser beruf wir haben archäologie deswegen sammeln wir die kristalle ein bei 504 sind wir schon naja guck mal hier schon der erste so ein bisschen gucken sind bis dann im gras versteckt da oben ist noch einer da ist auch noch einer ich glaube jetzt sind wir auch schon hier zumindest auf der ecke am rand angelangt sicher ob wir jetzt hier oben noch suchen brauchen wohl eher nicht immer noch mal runter ins tal und suchen hier weiter ja also die vermissten scouts sind auf jeden fall nicht mehr am leben so viel steht fest das wird wahrscheinlich nicht unbedingt freuen ich bin starker als ich dachte kehre zu arenkau zurück machen wir natürlich noch nicht wir machen die anderen mission auch noch fertig und dann geben wir alles am ende gesammelt ab auch eine schöne region hier sehr dschungel lastig wir haben die exonium vorkommen die wir suchen sollen dies gehen wir dann einmal und könnt ihr ergeben dass wir dann weiter geben da unten wäre auch noch eins haben wenn wir hier oben noch finde ich wohl eher da unten und immer mal runter ich finde dass man da ohne weiteres ankommt keine gegner die hier während ich habe nichts gesagt und erste bienen das nördliche revanita lager befindet sich hier wunderbar das haben wir auch erledigt ja ich würde erstmal nach süden gehen um den kleinen schnipsel der karte hier nochmal aufzudecken dort unten wer weiß ob wir da so noch mal hinkommen die versperren uns natürlich auch den weg so das wäre das südliche also die sind hier direkt nebeneinander südlich nördliches revanita der lager aber wir wollen ins nördliche oder in den nördlichen teil vielmehr hier gibt es doch mit sicherheit eine bonus mission 15 streitkräfte sollen ausschalten hier fehlt der kopf herr und nun gut ihr habt uns wohl erwischt was werdet ihr tun hier muss ich mir jetzt euer engstirniges geschwafel anhören oder schwebt euch etwas endgültigeres vor Es gibt keinen Grund zu kämpfen. Wie könnt ihr Verrat denn rechtfertigen? Das Wort an der Republik hat Tausende von Leben gekostet. Alles nur, um den Worten eines einzelnen Wahnsinnigen zu folgen. Revan durchschaut die Lügen. Er weiß, wie die Galaxis zu retten ist. Vor was retten? Dem Krieg? Revan führt schon seit Jahrhunderten Krieg. Er ist besessen davon. Der Mann, dem ihr folgt, hat vielleicht versprochen, uns alle zu retten. Aber dabei ist ihm jede Manipulation und jedes Opferrecht. Was ist, wenn am Ende niemand mehr übrig ist, um gerettet zu werden? Ich? Ich weiß nicht. Was wollt ihr von mir? Hä? Warum erzählt ihr mir das alles? Ich will euch helfen, die Wahrheit zu sehen. Ich glaube, ihr wollt das Richtige tun. Wenn ihr zur Republik zurückkehrt, ist es dafür noch nicht zu spät. Meint ihr das ernst? Einfach so? Nach allem, was passiert ist? Wieso nicht? Tja, überlegt, ne? Ja, das ist verrückt. In Ordnung. Ich kann zwar nicht für alle sprechen, aber ich gebe der Republik eine letzte Chance. Wir folgen euch, Käpt'n. Ähm, danke. Für all das. Und viel Glück. Ja, das Ganze verläuft hier kampflos. Sehr schön. Ja, mit Diplomatie und den richtigen Worten kommt man hier weiter. Betritt den südlichen Bunker. Okay. So, da oben war nichts mehr. Noch mal nachgeschaut. Äh, wie kommen wir denn hier raus eigentlich? Aber doch. Irgendwo da oben. Ah ja, hier ist ein kleiner Gang. So, der südliche Bunker ist dort. Und hier haben wir noch mal eine Mission von Sergeant Sayer. Ohne Gesicht. Ich gehöre nicht zum Feind. Nicht mehr. Ihr müsst wissen, wer hier alles involviert ist. Die Revaniter nehmen jeden. Sogar die schlimmsten Schlechter des Imperiums. Colonel Raigus Mohl, der Mann, der New Draft Storm, niedergebrannt hat, ist hier. Ich würde ihn selbst erledigen, wenn ich nahe genug rankommen könnte. Was immer ihr braucht, um diese Leute aufzuhalten, ihr könnt auf mich zählen. Schade, wir haben jetzt die Bonusmission gar nicht abschließen können. Ich hätte gedacht, wir haben danach noch Zeit, aber ja, dem ist nicht so. Gut, nächste Mission hier ist Sergeant Sayer hat dich um Hilfe gebeten. Da die Revaniter Kriegsverbrecher wie Colonel Raigus Mohl rekrutieren, ist sie überzeugt, dass sie sich unbedingt wieder der Republik anschließen muss. Aber zuerst will sie dafür sorgen, dass Mohl ausgeschaltet wird. Finde, Colonel Mohl, im imperialen Teil des Revaniterlagers. So. Was haben wir hier oben? Wir können mal gucken, ob es hier eine Bonusmission jetzt gibt. Gut, die machen wir dann zuerst mal. Jo. Gibt wieder eine. Sollte ja auch relativ schnell gehen, hier die 15 People. Sollte ja auch relativ geil gehen muss. man verletzt meine freunde das war schon mal mit der bonusmission das haben wir dahinten finde und besiegen könne reisers moll wo ist er dann damit der vanite elite da muss ich irgendwo sein aber vielleicht da oben oder hier an sonnen flugzeug da bist du da hallo okay gar keinen namen auch wenn man das was der richtige ist ja das war wohl okay dann können wir hier oben noch mal den südlichen bunker rein da steht auch schon jemand bisschen versprungen oder noch hoch lieutenant balko steht hier auch noch parat dann vielleicht gleich eine mission für uns gucken wir mal die werden wir wohl nicht bekehren können bei den ganzen sicherheitsalarmen hatte ich mit mehr gerechnet bringen wir es hinter uns jede bevor noch mehr zeit durch eure sinnlosen störungen verschwendet wird wir müssen nicht kämpfen es wurde schon genug blut im namen revans vergossen wir können es beenden wenn wir zusammenarbeiten ich fürchte daran bin ich nicht interessiert okay ein versuch was wert das kann unerwartet ich glaube noch einfacher haben wir keines erledigen können greife auf die revaniter datenbank zu ja besuchen immer noch terror dürfen natürlich nicht vergessen die wartet sicherlich sicherlich im dorf mit arren grau jetzt gehen wir hier vorne erstmal die mission wieder ab von sergeant saja kommen wir dann noch weg ich habe es gehört ich halte sie euch vom leid ganz recht ja wir wollen zurück ins rischi dorf dann nutzen wir mal die schnellreise um von hier aus jetzt weg zu kommen oder moment wir gehen hier noch mal kurz nach dem norden versuchen den kleinen teil hier noch mal aufzudecken der uns da entgehen würde ich glaube nämlich dass wir hier soweit fertig wären ja das war nur eine frage der zeit dass wir mal abgeworfen werden jetzt gerade sie perfekt und hier oben werden wir dann wahrscheinlich in der nächsten missionen kommen mal gucken wir kennen erst mal zum dorf zurück die mission gehen wir dann in der nächsten folge ab würde ich sagen würde mich freuen wenn ihr dann wieder einschaltet ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal